Cristiano Ronaldo, meine lieben Freunde, wurde von Ikea komplett hops genommen, zumindest von Ikea Canada, denn sie posteten ein Bild auf Instagram und nutzten die ganze Coca-Cola vs. Ronaldo Sache für eigene Promo, so muss man es machen. Ikea Canada postete eine neue Flasche im Sortiment von Ikea, eine leere Flasche und nannte sie einfach, taufte sie einfach Cristiano und dazu schrieben sie eine Flasche nur für Wasser. Ja, das Ganze ging natürlich viral, die Leute kommentierten, fanden es witzig und Ikea konnte da ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ein bisschen Ruhm noch mit abstauben und ein bisschen Promo. Ob es diese Flasche wirklich geben wird, ich wage es ja zu bezweifeln oder wer weiß, vielleicht gibt sie ja wirklich im Sortiment, ich weiß nicht ob es eine Joke war oder ob sie das tatsächlich durchziehen, finde ich ja wirklich witzig. Ich meine Coca-Cola hatte ja anscheinend, zumindest beim Aktienkurs etwas verloren, ein paar Prozent, wobei da viele gesagt haben, das lag nicht an Ronaldo, keine Ahnung, ich bin kein Trader, ich kann es euch nicht sagen, aber definitiv ging es erstmal runter. Und ja, nach seiner Sache mit trinkt Wasser, er hat ja dafür Werbung gemacht, Wasser zu trinken und Ikea dachte sich, ey, komm, wenn sich zwei streiten, dann freut sich der Dritte. Und ja, wie findet ihr den Joke, findet ihr ihn lustig oder blöd? Was sagt ihr eure Meinung in die Kommentare? Ob Ronaldo weiterkommt bei dieser EM, ist eine ganz andere Frage. Da wird es gar nicht so einfach, wobei ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass selbst mit drei Punkten Portugal noch weiterkommen könnten, wenn sie nicht zu hoch gegen Frankreich verlieren. Wenn sie nur 1-2 verlieren, glaube ich, könnten sie noch weiterkommen, oder? Was sagt ihr eure Meinung in die Kommentare? Ich bin gespannt, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.